so hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von counter terrorist actions wie es dann lange ein bisschen länger her aber die spieler weiter wir loggen uns natürlich ein so höre ich jetzt nix wieso kann ich mich fortfixen oh nein er hat nicht gespeichert er hat nicht gespeichert ja gut das kennen wir alle schon verbot des regenbogs in die verfassung eingetragen wieso sollte man eine regenbogen verbieten die soldaten die sich von militärischem familien zurückkehren werden zu respekten bürgern kein ansicht und bewegungen gegen das ist ebenso die großen militär operationen im nahen ostenbereich beendet werden und besteht immer die größer werdende gefahr dass radikalisierte person mit posttraumatischen erlebnissen ins licht treten ok die cta erhielt glaubhafte informationen dass eine radikalisierte gruppe von veteranen der aktiven europa wurde wahrscheinlich handelt es sich hier um großbritannien irland deutschland oder deutschland deutschland neue nachricht wird die Art der aktivität einer neuen polizei gefälligen gruppe beachtet analysiere das ist nicht wir verhören ihn erstmal die verhören ihn erst abgehört und jetzt ich habe es vergessen tut mir leid leute ich habe es vergessen es ist alles schon wieder so lange her ok das ist ab und ist beendet ja vergisst nicht die analyse werden in der kartei abgelegt verdächtig ok die ersten verdächtig buch die erste das bildet das bildet die den der die 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 diese wieso kann ich mir das jetzt anhören ich verstehe es langsam nicht mehr ich will mir das hilfe 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 kann ich mir das gar nicht mehr anhören gut auch nicht schlecht ich kann mir das nicht anhören was ich abgehört habe oder ich weiß es einfach nicht mehr weil ich hier alle analysen in der karteikarte sein ich will dich verhaften okay also mehr verbindungen gibt es nicht besser verdächtige zu registrieren die aktuelle und auch als verdächtige zu kennzeichnen statt gefahr zu laufen zu lassen ja ich weiß aber wie denn könnte mir das nicht sagen ich kenne die hier nur verhaften ich kann mir das ja nicht abhören ach hier ich weiß nicht alter erscheint alles schlecht zu sein diese ganze idee mit dem anschlag aufgrund das ganze was wieso wir machen das was wir müssen ich teile nicht alle deine ideen genauso wie der ganz so gut wie der ganze gruppe aber du hörst immer noch zu der gruppe an ja du bist ein mitglied du wirst verhaftet du wirst verhaftet was haben wir noch den hier ich kann morgen ja super wir werden wir beenden die arbeit an dem kostüm und gehen das wird ein spaß an dem kostüm damit kostüm hey alter ich habe sie was hast du hast du gefunden das ist mein süßes geheimnis aber ich habe die exakten pläne für den bau einer kann was lakarashiko ak7 ok um die stemme sicher ich kann eine dann können wir sich zu dieser großen gameshow gehen von kleid und soldaten gut damit in der republik bauen dann ist mir egal was zu machen den lasse ich mal der volk haben auch drin was haben wir denn hier scheiße was das denn hier erst mal so verdächtig gut 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 ja ich habe nichts gehört aber ich habe es da ab über das passiert nichts verschwinde ganz ehrlich gut guck gut gut 6 gut gut k also ja gut Bist du? Wicke auf die Telefon, komm an. Komm an. Komm an. Yes? Where the hell are you? We're waiting for you. I'll pass on this. What? Everything's planned. Get here right now. Yeah, I'm out. I don't want to have anything to do with this. I promise you, you will regret this unless you come over here and... Blah, blah, blah. It's very interesting, what you're saying. But I must be going now. You motherfu- Oh je. Oh, both of them are done. Pick up this. Pick up this phone, come on. Come on. Pick up this phone, come on. Pick up this phone, come on. Where the hell are you? Gut, also der... Scheint an Anfirak zu sein. ... ... Das war ein Mitglied. Aber da er ja raus ist... Aber da er ja raus ist... ... Was ist denn... Spezialeiler!? Wir werden nicht mehr... ...um sie zu neutralisieren. Die Ressourcen der Spezalkräfte sind eingeschränkt... ...und werden der CD ab von der Lokale gez... Ok. Das punkten wir ab. So Ich möchte ihn gerne verhaften, wenn es geht Oh, siehst du, ich habe es gewusst Oh, verdächtiger Kauf Hey, und jetzt? Kann ich mir eigentlich Ressourcen? Ich weiß nicht mehr, wie es geht Was soll ich denn machen, wenn die so doof sind und nicht mal was abhören wollen? Ganz ehrlich, die sind zu dämlich, ganz ehrlich, die sind viel zu dämlich für sowas Ich kann nichts machen, tut mir leid Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen, wie es geht Ich kann nichts machen, das kann ich euch eigentlich schon sagen So, ich sag mal, das war's noch für diese Folge Da bedanke ich mich fürs Zuschauen Und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge Tschüssi Korski Tschüssi Korski